Jo, Mahlzeit! Was gibt Schöners, als nach einem schönen Tag einen gefüllten Film aus der Kamera zu nehmen und ihn durch einen neuen zu ersetzen. Ein paar gute alte Fuji-Filme. Die mag ich einfach. So, muss immer schussbereit sein. Durchgeladen und entsichert. Super Sache. Hier, wieder volle 36 Schuss Munition. Schön altmodisch. Wenn du heutzutage unterwegs bist, gehörst du echt schon zu den Exoten mit einem Analogfilm drin. So. Vorher Verweistfilms. Wieder mal ein Film ab. Aber das ist eine feine Sache. Da kriegst du einen Film entwickelt zurück und 36 Abzüge schon fertig. Und sogar noch gleich ein Indexprint und noch eine Foto-CD mit dabei. Das heißt, wenn du noch ein bisschen analog die Dinger brauchst, ist schon mit dabei. Das Ganze kostet dann bei 9x13 Abzügen gerade noch 4,75 Euro. Eine bessere Datensicherung für Bilder gibt es gar nicht. Das ist ein analoges Foto in einem Album. Dazu ein schönes Negativ in einem Negativ-Ordner. Und noch die digitalen Fotos auf der Festplatte. Das ist eine schöne, olle, analoge, einfache Nikon. Aber die macht so wunderbare Bilder mit diesem Objektiv. Das ist einfach ein Traum. Also Leute, ich mache jetzt Feierabend. Tschüss, bis zum nächsten Mal.